Musik Entweder steckt sie mit der Bande unter einer Decke oder sie will uns auf irgendetwas aufmerksam machen. Vor zwei Minuten ist der Transport angekommen, schwer bewaffnet. Hier spricht Edgar Wallace. Es geht um das Geheimnis von Zimmer 13. Ein neuer Film nach dem gleichnamigen Originalroman von Edgar Wallace. Die Kisten sind eben angekommen, Boss. Okay, falls ein Bulle vom Jad hinterherkommt, lass ihn gegen die Wand rennen. Nein. Oh, Verzeihung. Dass du rauskommst! Ein schwieriger Fall für die Kriminalexperten von Scotland Yard. Na, haben Sie endlich was gesuchen? Wer löst das Geheimnis von Zimmer 13? Sehen Sie doch nach! Reisen Sie doch die Türen ab, vielleicht finden Sie irgendwo eine Leiche. Reisen Sie einen Fußball und ab! Ich weiß überhaupt nicht, was Sie eigentlich wollen. So! Man schießt doch nicht auf Damen. Sind Sie verrückt! Sie wollen doch sicher, dass diese Tochter hübsch bleibt. Was fällt Ihnen ein, Grey? Ich pflege nicht zu lügen. Wann da ist ermordet worden, auf offener Bühne, mit einem Rasiermesser. Weh! Ich war's nicht! Ich war's nicht! Drei Morde mit einem Rasiermesser in einer Woche. Aber Sir, ich habe Ihnen doch das Messer... Was hast du mit dir gemacht? Schieß doch, Junge, schieß doch! Onkel Hiki bleibt unverzahlt stehen. Hier ist meine Brust, Freunde. Das ist der Postzug aus Liverpool. Der darf nirgendwo aufgehalten werden. Was machen Sie denn? Es geht um den größten Raub in der englischen Kriminalgeschichte. Drei Millionen Pfund, Mane. In ein paar Stunden wird ganz England auf den Beinen sein und sich an der Suche beteiligt. Hände hoch! Hallermann! Es muss ein Versteck geben im Heimerclub. Sie haben Denise auch dorthin gebracht. Sie müssen hierbleiben und mir helfen, Sie rauszuholen. Alle fürchten das Geheimnis von Zimmer 13. Es ist unmöglich, von Edgar Wolles nicht gefesselt zu sein. Hilfe! Nicht verzagen, Eddie fragen. 22, 23! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020